Ich habe mich gerade gefragt, ob ich meine Australier verloren habe. Was kann ich für Sie tun? Sie nichts, aber der Junge. Wir brauchen einen Meldegänger für die Front. Wirklich? Ja. Nein. Das können Sie von dem Jungen nicht verlangen. Er wollte keine fünf Minuten überleben. Nein, nein, ich kriege das hin. Nein. Ich mache es. Schön. Sie bleiben bei mir. Und Sie. Sie werden laufen. Oha. Tatsache, ich habe noch einen erwischt. Ist ja was. Oh, jetzt juckt es mich im Ohr. Es gibt es nicht. Das gibt es nicht. Moment, das ist wichtig. Oh. Plötzlich auftretender Juckreiz. Ich liebe das. So, nochmal. Das sind ja noch nicht alle, die ich da sehe, bei den ganzen Geräuschen. Ja, so riechst du auch inzwischen. Oh. So. Oh. 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 Gucke mal, ein indischer Scharfschütze Wurde mocht nix Stattdessen werde ich hier die ganze Zeit unter Beschuss genommen Drei Schuss auf ein Scharf Okay Ich brauche dringend Waffen Nein, keine Schaufel Ich habe eine Axt Oder ein Beil Okay Ach, come on Really Was heißt, hier ist einer Okay Okay Nichts drin Nichts drin Oh man, für die Felder und Bücher wird das ja jetzt ein lustiges Suchen Oh, Teppiche Oh, Karaffen Dein Gewehr gehört mir Oh, ja Oh, ja Weißt du, wenn ich wenig da geködert habe, aber wenn du mir sagst, köder werfen, dann mache ich das. Ach nee, come on. Oh, es gab wieder Granaten. Ich muss aber einmal quer durch die Stadt, weil ich da weiß, dass da oben so ein Arti-Geschütz ist. Das will ich mir gerne krallen. Und hier mal ein bisschen die Stadt aufräumen. Ich möchte sie ein bisschen übersichtlicher machen. Kodex? Nein. Hauptsache, du hast mich gesehen, du Affe. Am Arsch der Welt. Nichts zu sichern, nichts zu sammeln. Munition ist echt ein Mangelware hier. Oh, ein Haus, das aussieht wie ein anderes. Welch, welch Überraschung. Hoppala. Das ist jetzt meine Kodex-Versessenheit, die da auf euch zukommt. Wo ist das Ding denn? Das ist doch markiert. Ach, da hinten. Alles klar. Da kommt ein Kollege. Munition, ey. Oh, jetzt nimmt er die... Oh, es ist zum Würgen manchmal. Dankeschön. Kurz hier clearn. Kabiner-Konfiguration. Houda-Pistole. Ach, das Schrot-Ding, ne? Eine Stielhand. Will er nicht haben? Na gut. Na, hallo. Wie haben wir denn da? Oh, ich würde das für das Kapitel. Nein. Das kann ja nur schrecklich werden. So, aber jetzt können wir nämlich das hier machen. Können wir uns die Gegend hier ein bisschen sauber machen. Da drin könnte keiner sein. Und das wollte ich schon mal machen. Ah, es funktioniert. Battlefield. Battlefield. Ich habe schon befürchtet, das wäre wieder ein Static-Object, das du nicht zerstören kannst. Ne, das ist nur gerutscht. Da ist keiner drin. Schlimmer Reload. Ist das da, was ich glaube, was es ist? Es war Munition. Nice. Das Geschütz ist hinüber, hoffentlich. Was mit dem Haus? War dahinter auch ein Geschütz? Man weiß es nicht. Hält aber viel aus, so dafür, dass es nur so ein Sand-Pack-Stein-Gemisch ist da. Also wirklich. Gut gebaut. Gut gebaut. Ne, das sind die berühmten Ecken, die man nicht zerstören kann. Die Rahmen allen seins. Im Gegensatz zu denen hier. Jetzt gucken, wo sind denn unsere Jungs? Unsere Jungs sind da hinten, ne? Da muss das hier so ein bisschen weg. Damit die freie Schussfeld haben. Ganz einfach, um uns da zu unterstützen. Wenn wir auf dem Weg zurück sind, was wahrscheinlich sein werden. Er ist jetzt... Jetzt tut er so, als wüsste er nicht, wie die Kampagne weiterläuft. Hat sie schon gespielt, aber er tut so, als ob er nicht weiß, wie sie weiterläuft, ne? Das ist klar. Typisch. Oh, ich liebe Battlefield. Deswegen, deswegen liebe ich Battlefield. Sinnlose Zerstörung. Das war fast das ganze Dach. Sehr schön. Kriege ich... Ja, fast das, was ich wollte. Fast. Ja, noch nicht ganz. Ja, ich mach gleich weiter. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Man kann es übertreiben, ich geb ja zu. Das wollte ich machen. Sehr schön. Haus ist weg. Jetzt mal eben wirklich abchecken hier. Was ist hier wo los? Ich bin mal so frei und gucke mal, ob ich die da hinten kaputt kriege. Die Ruins. Ach, schade, geht nicht. Weil die sind noch von relativer Wichtigkeit. Diese Weise kann man missionstechnisch... Nehmen wir zu hoch. Immer etwas vorarbeiten. Das war Felsen. Ich meine mich zu ändern, da hinten ist nämlich auch noch Munition gelagert. Das heißt, wenn es ja gleich Wumms macht, hatte ich recht. Oder auch nicht. Was ist da hinten? Machen wir dann mit uns jetzt selber kaputt erstmal, oder? Auch gut gezielt. Ja, jetzt geht's 100 pro gegen das MG. Ne. Okay, gut. Lassen wir das erstmal. Mal. Ja. Ah, ich weiß. Was? Was? Wollte doch grad sagen. Oha, was ist denn jetzt los? Weiß nicht ganz. Eine Munition. Gewehrgranate, ich kotze. Ja, da sagt er was. Ach, Kodex. Die ganze Scheiße geht den Bach runter. Ich muss zurück zu Whitehall. What the? Das war ein Eigentor. Boah. Scheiße. Ich dachte, ich gestalte mich schlau. Dachtest du? Na komm. Hallo. Dankeschön. Gleiche Richtung. Da war es nicht. Da war es, ne? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. So was ist denn der Kollege? Oh, jetzt muss ich wieder zurück, deswegen, oder was? Kinder. Das ist ein manischer Großangriff. Wie geht das? Kriege ich da noch was von mit? Das war nicht meiner, glaube ich. Ich sehe nichts. Mach mal hier mal das Gebäude weg. Das ist echt das Nervige, wenn man irgendein Gebäude im Weg hat und man könnte eigentlich so gut schießen. Oh, das wäre jetzt auch doof. Soll ich durchs Gebäude, obwohl... Wenn man sich schon mal schlau anstellt. Aus Versehen. Kann man das auch fortsetzen. Okay, das klappt nicht so, wie ich mir das dachte. Dauert zu lange. Stacheldraht! Hä? Wo denn? 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 Alter Schwede. Mist. Oh. Genau hier kann man weitermachen. Oh, jetzt muss der nachladen wieder, oder was? Alter, wie viele kommen denn da noch? So viele, bis ich keine Munition mehr habe. Mist. Mist. Jetzt kommt ein WhatsApp dazwischen. Das gab es nicht. Mist. Ach, komm schon. Was war aus der Devise? Hier der Schuss, ein Treffer? Wie bitte? Alles klar, ist alle. Verstehe ich? Kann ich handeln? Kann ich mir rumgehen? Krieg ich irgendwie hin. Ein G-38, Infantry. 38-5. помог. Jetzt wird's. Warum! Hereye hast du gesagt, bitte? Geld hat sich läuft! Geld hat dich bewegt. Gehen wir doch rein? Ey, Leute! Ihr habt echt überlebt, Jungs. Das mach ich aber nicht. Nein, das hörst du nicht. Guter Schuss. Ach, naja, also ich hab ihn da draußen gesehen und ich... Der Feind ringt um die Wahl zurück. Doch, dich's mir. Bischoff, melden Sie der Etappe das hier vorrücken. Keine Sorge, ich komm schon zurecht. Kopf unten halten. In Deckung bleiben. Kapiert? Ja.